Hat er dir das gesagt? Ja, das hat er gesagt. Reden Sie von meiner Jacke? Warum sollten wir davon reden? Na ja, Sie sehen doch, dass das nicht bloß eine banale Klamotte ist. Hab ein schaltes Teil. Was ist denn? Vertraust du mir oder nicht? Wow, coole Hose. Ja, war es nur cool. Bist du sicher? Hast du richtig hingesehen? Ja. Ja.